Geht's Zeit, Bodo? Ja, danke. Ich fühle mich hier trotzdem gerade ein bisschen... Ja, ein bisschen. Ich muss mal ein Wasser-Elemental hin tun. Ist doch nicht okay. Ich kann nicht mal Eislanze zünden, weil die so schnell dood sind. Bisschen nervig, muss ich sagen. Ich kriege mir lieber mal eine Urflechte. Ja, leck mich halt am Arsch. Wenn nicht wegen dir am Ende, wenn mir da eine fehlen, ne? Ich sag dir das. Oh, wie gut war das denn jetzt gerade? Legt er da einen Sprint hin. Ah, schönen Sprint eingelegt und erst mal... ...schönen Bluthibiskus geglaubt. Kannst du sagen, ey, 92.000 Schaden mache ich normalerweise bei den ersten drei Mobs. Und ich fahre in den gesamten Indy gerade mal. Die Gegner droppen im Übrigen auch Bluthibiskus, also macht immer nicht ein Semm. Ja, aber ich will ja keinen bekommen. Doch, einen. Entschuldigung, einen. Wenn wir hier einfach ohne Heiler reingehen. Immerhin, unser Jöndil, unser Jägerfreund, geht gut ab. Ja, aber auch Mackie auf die Kacke, ne? Ja. Ach, hier lebt ja gar keiner mehr. Ach, da leben viele. Mal hier rein, Carsten. Immer noch kein Bluthibiskus bekommen, wieder. Ah, das wird schon. Können wir nicht weggehen. Kann man Schaden machen, jawoll. Ich fühle mich ja gleich mal ein bisschen besser. Ich gucke einfach den da hinten an. Die Schaden raushauen, das ist ja auch normal. Ja, so Shadow Priests sind schon ganz schön gefährlich. Die können auch richtig reinhauen. Wo ist der scheiß Bluthibiskus? Komm schon noch genug. Selbst auf meiner Karte sind noch ein viele markiert. Mach ruhig. Mir fehlt auch noch einer. Also von dem her. Schild. Ich glaube nicht. Komm, ihr könnt auch so viel. Tankt doch einfach mal die gesamte Indie. Das ist ein Racken. Was machen wir auch noch? Der lacht ja drüber. Der zuckt ja gerade mal mit der Wimper. Wenn überhaupt. Nee, wird mir einfach alles weggenommen. So, Boss Nummer 2 wartet auf uns. Da unten ist er. Der wurde auch schon gepullt, so wie mir das aussieht. Der hat nur 98.000 Leben. Süß. Sehr süß. Und es ist einfach mal, ja, eigentlich schon ein guter Umhang, aber. Ach, der Shadow Priest geht einfach ab. Ich weiß nicht, soll ich Intelligenzwillenskräfte nehmen? Jetzt ist er tot. Oh, ich auch. Ich bin in einen Kampf verwickelt. Oh, warum hat hier keiner aufgepasst? Wo seid denn hier alle? Hä, wie konnten mich überhaupt die Fische da oben töten? Nein, hier, hier, kannst du mich wiederbeleben? Nee, ich bin in einen Kampf verwickelt. Ja, dann musst du mal den Kampf beenden. Was für ein Kampf denn? Und jetzt stirbt der Tank. Oh mein Gott, kann, ja klar, stirbt der Tank, weil der Heiler ist tot. Der Heiler, oh mein Gott, das kommt davon, gell? Das kommt davon, wenn man mit 18 DDS reingeht. What the fuck? Ich weiß gar nicht, wo habt ihr gekämpft? Na, hier unten. Und wo ist unser Jägerfreund? Oh man, der Jäger ist da hinten. Auf der anderen Seite. Die chillen da hinten am Ufer. Und ich stehe in dem Boss drin. Also, liege tot im Boss. Und jetzt sterben alle. Wer pullt denn auch weiter, wenn alle tot sind? Ja, wo seid ihr? Ich sehe überhaupt nichts. Ich stehe hier einfach nur. Mann, Bodo, du stehst quasi... Ich stehe im Boss. Ich liege im Boss. Was willst du machen? Ich will wissen, wo ihr am Kämpfen... Wo hier unser Macker am Kämpfen ist. Gegenüber von... Kommt doch mal runter zu dem Boss, verdammt. Und da gegenüber, schau einfach gerade aus. Da siehst du dich doch kämpfen. Ja. Also. So, jetzt ist er tot. Kannst du ja nicht mehr im Kampf sein. Doch. Ach, die Fische kommen. Die Fische kommen, Bodo. Mach sie fertig. Wie, die Fische kommen? Ja, die kommen. Die warten auf dich. Sagen wir es so. Oh man. Ist das traurig. Yep. Ja. Ich hätte es ja kommen sehen sollen. Ja toll, solange dieser Fisch da ist, sind wir zum Kampf oder was. Das heißt, man muss jetzt reinlaufen. Boah, da habe ich ja sichtlich wenig Lust drauf. Ja, ich kann nichts machen. So, bisher hat er aber auch keine Lust reinzulaufen, ne? Da, und da hinten ist er, dieser tiefen Sumpf-Frenzi. Was machst du jetzt gerade? Ich stehe hier und warte. Ja, dann gib den Leuten mal so eine Info, weil irgendwie läuft keiner rein. Ja, habe ich. Der Typ kann mich angreifen, einfach so, ohne dass ich in seiner Nähe bin. Ich weiß, das ist der absolute Cheater-Fisch. Der hängt hier unten im Wasser und greift dich an. Oh man, da müssen wir jetzt echt reinlaufen. Absolute Cheater-Fisch, man. Oh mein Gott. Ah, ich habe den Kampf verlassen. Ah, toll, jetzt habe ich meinen Geist schon wiederbelebt. Oder, oder geht das noch? Ne, ich glaube nicht, weiß ich nicht. Ne, sobald ich auf Geist freilassen geklickt habe, geht es nicht mehr, ne? Oh man. Bodo, Frust fressen. Ja, genau, da unten in den Zangermarsch. Da muss man jetzt nämlich tauchen. Das ist nämlich eine Unterwasser-Innie. Das ist richtig zum Kotzen. Mal lassen wir den Eingang wieder finden. Ja, da kann er nicht hin. Versteh das doch. Wenn du den jetzt wiederbeleben willst, verreckst du. Ist halt einfach so. Weil du dann an dem Fransi-Fisch vorbei musst. Und der cheatet. Ja, ich kann dich wiederbeleben. Sofern der fiese Fisch, äh, nicht... ...bemerkt, dass ich dich wiederbeleben will. Hast du schön gesagt. Ja, ich hab nicht Glück, Mana. So, seht ihr mal diesen Scheiß-Umweg, den man sich hier geben muss. Oh, danke. Gott sei Dank muss ich da nicht nochmal reinlaufen. So, wie machen wir das jetzt am günstigsten? Warte mal, ich könnte... Ja, hier über die Plattform laufen und, äh... Ich hätte dir auch einfach mit langsamem Fall das Leben einfacher machen können. Wo liegt ein Boeing-Deal hier, könnte ich doch auch wiederbeleben. Hä, da drüben geht's weit. Oh ja, tut's auch. Wir haben irgendwas entdeckt. Ja, die beiden laufen hier schon weiter. Achso, weil wir ja jetzt quasi wieder voll im Rennen sind. Da ist doch dein, dein Bluthibiskus. Ach nee, da ist ne Ohrflechte, sorry. Das sah genau so aus. Ja, dann sind jetzt alle da, oder was? Nee, ich glaub einer... Nee, Boeing-Deal fehlt noch. Boeing-Deal. Was ist das denn, die hieß? Das ist ein L. Boeing-Deal. 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 Versprecher. Kann der Priester jetzt doch vielleicht trotzdem mal anfangen zu heilen? Nee, der Priester heilt nicht. Der ist eindeutig, äh... Auf Shadow geskillt. Schon wieder bin ich entsetzt, verdanke. Nur Müll dabei. So, da hinten ist ein Bluthibiskus. Da kommt jetzt ne Menge Bluthibiskus, falls du Angst hast. Ja, das hoffe ich, dass hier ne Menge kommt. Fär... Fär... Oh, ständig bin ich entsetzt. Meine Fresse geht's mir auf die Eier. So, hast du jetzt deine Fünf? Nee, ich hab meine noch nicht. Na, ich chill. Mach nicht so'n Theater. Geh weg von mir. So, jetzt sind wir da alle da, ne? Ja, ich glaube schon. Fein, fein, fein. Matrix ist tot, man. Was ist denn hier los? Ja, weil wir keinen Heiler haben. Was ist denn los? Meldet sich als Heal an und geht als ED rein. Sowas kann ich ja richtig abhaben. Nächstes Mal melde ich mich als Tank an. Das geht leider nicht. Ich weiß. Das kann der Magier leider nicht. Dann wechsle ich auf mein Dudu und melde mich als Heiler an, obwohl ich DD bin. oder Tank bin nach, was weiß ich. Behindert. Mal hier wenigstens jetzt ein Boss am Start, ja. Oh, was? Alle eingefroren. Oh, schon wieder eingefroren. Eww. So, war's das, ja. Ich gucke mir jetzt noch das... ...Dings da... ...Nein, kriegt der auch noch was, oder was? Wehe, der hat da Bedarf drauf. Wer? Ja, wer auch immer. Ist er? Nee, der Krieger. Ja, aber hey, es ist doch wurscht. Was willst du mit Platte? Nee, der ist einfach ein Bob. Ach so. Sind die nicht beide? Die sind doch beide aus derselben. Nee, sind sie nicht. Okay, dann kann der Krieger wahrscheinlich nichts dafür, dass... Ach so, du meinst, sie hätten das abgesprochen? Ja. Und wären dann in ihrer Lappenhaftigkeit untergegangen? Ja, das wollte ich Ihnen hier gerade unterstellen, aber... Okay, jetzt nicht. Ich nehme... ...dem Krieger die Verantwortung und sage, der Priester ist ein Lappen. So, jetzt kommt wenigstens gleich die Mutter, dann ist nämlich die... Dann finden wir auch immer noch ein Hibiskus. Ja. Mir auch. Blöd, gell? Ach, da ist sie ja schon. Mensch, die Mutter. Schau dir das an. Jetzt pisse ich, dass wir hier... An die Mutter kann ich mich noch erinnern, an Reste endlich nicht. Und tschüss. Oh, den Tank hier nebenbei heilen, ich krieg zu viel. Oh, das ist mal eine leckere Brust. Hm. Ah, doch, die nehme ich. Da scheiße ich sogar ausnahmsweise auf den Crit wert. Oh, und die Schultern sind ja auch. Nö, die sind scheiße. Irgendeiner klaut jetzt da hinten wahrscheinlich noch den letzten Blut-Hibiskus. Bodo. Bäää. Echt jetzt? Der Bodo... Hä? Bist du dem scheiß mal? Hast du das Gehirn eingesammelt? Nein, aber ich hab auch noch nicht, äh... Toll, jetzt fehlt mir hier auch noch ein Quest. Wieso? Was denn? Windruferklaue entdeckt. Toll, kann ich gleich nochmal den Laden hier absuchen. Ja, mir auch. Und mir fehlt noch ein Blut-Hibiskus. Was ist denn der Typ, den wir suchen sollen? Der ist ja nicht mal auf der Karte markiert. Das ist ja hässlich. Ja, du sollst ihn auch suchen. Das ist ja hässlich. Das ist ja hässlich. Oh, wirklich? Jetzt bin ich aber schon runtergesprungen. Wollen wir den wirklich suchen? Ich such den jetzt. Ach man, da ist den ganzen Puff hier durchrein. Ich brauche noch ein Blut-Hibiskus, man. Das sind für mich zwei Quests. Ja, okay. So, euch muss ich aber da nicht dazu nehmen. Das heißt, für euch ist die Folge heute vorbei. Und wir sehen uns in einer neuen Aufnahme wieder. Ciao. Ciao. Ciao.